So Leute, ich habe die hier jetzt montiert, sind beide am Laufen und ich hoffe, die fliegt nicht ab, weil die ist echt nicht so fest. Fahren wir mal vorsichtig. Ey Leute, was geht ab? Und jetzt willkommen bei dem... Boah, jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, sechsten Part der Alex-V-Wish-Woche, ähm, ja, letztes Mal lief ja nicht so gut, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das Video mit dem Fake-iPhone gesehen habt, das kam ja letztens online, ich glaube vorgestern. Falls nicht, schaut euch das gerne an, ähm, da haben wir dann ein Beispiel dafür, wie es aussieht, wenn es nicht so optimal funktioniert wie sonst. Aber egal, also es gab ja jeden Tag in der Alex-V-Wish-Woche ein Video zum Thema Wish, wo ich irgendein Produkt ausgepackt habe. Und heute ist eine Fake-GoPro dran. Wo ist denn? Ah, hier. So, hier haben wir das Paket, ist echt schnell angekommen. Natürlich, wie immer, auch unter diesem Video. Ich verlose am Ende das Produkt und einen 100-Euro-Wish-Gutschein. Wenn ihr daran teilnehmen wollt an der Verlosung, schreibt einfach irgendeinen Kommentar und abonniert meinen YouTube-Kanal hier. Und dann suche ich mir irgendeinen von euch aus. Gewinner werden am 25.01. bekannt gegeben. Und, ähm, ja, viel Glück. Also ich will gar nicht lange labern. Wir fangen direkt mal an. Ihr könnt euch natürlich nach dem Video dann die ganzen anderen Videos anschauen. Da könnt ihr nämlich auch an der Verlosung teilnehmen. Es wird nämlich in jedem Video der Gutschein verlost. Und, ähm, ja, jetzt geht's hier los mit der Fake-GoPro. Ja. Ich wollte jetzt gerade noch nachgucken, ob das wirklich das Produkt ist. Das haben wir hier aber. Heute machen wir das mal ein bisschen anders. Und zwar, bevor wir das anfangen auszupacken, schauen wir uns erstmal an, was ich denn da bestellt habe. Weil ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Und ich meine, ich hab wirklich nicht viel für das Produkt bezahlt. Ähm, irgendwie 10 Euro, 6 Euro, eins von beiden. So, Leute, das ist das Produkt Ultra HD 1080p Waterproof. Also, ich bin mal gespannt, ob da so ein Case dabei ist. Ich kenn mich eigentlich mit GoPros ganz gut aus. Hab selber zwei. Hat mich 12 Euro gekostet. Ähm, und wurde auch schon mega oft bestellt. 5.570 Bestellung. Sorry, nicht Bestellung, Bewertung. Das heißt, wir haben bestimmt... Boah, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute sich den Schrott schon bestellt haben. Zumindest gehe ich erstmal davon aus, dass es Schrott ist. Ich hab mir nämlich mal so die Beschreibung angeschaut. Irgendwo stand nämlich was von 15 FPS. Also, 15 Frames per Second. So, 30 sollten eigentlich schon drin sein. Ähm, ich find's jetzt hier grad nicht. Gut, wir fangen erstmal an. Also, aufgrund dieses Anzeigebildes hier kann man direkt auf eine Fake GoPro hinschließen. Ich meine, die wollen damit natürlich werben. Eine GoPro sieht eigentlich 1 zu 1 genauso aus. Sogar hier 1080p Full HD, auch noch in verschiedenen Farben. Ich muss sagen, die Produktfotos gefallen mir wirklich sehr. Sieht nach einer hochwertigen Kamera eigentlich aus. Ähm, ja, auch gerade wenn man dieses Bild hier sieht. Ähm, ich habe die ganz schlicht, glaube ich, in Silber und Grau bestellt. Wie halt auch eine GoPro normalerweise aussieht. Wir schauen uns einfach mal kurz hier die Bewertung an. Wir haben 5570 Bewertungen, insgesamt 4,1 Sterne. Ist gar nicht mal schlecht. Also, Martin schreibt, super Teil für den Preis. Sehr schöne Qualität für den Preis. Super gut. Jetzt muss ich mal kurz hier ein bisschen ranzoomen. Sorry, vergessen. Für den Preis absolut unschlagbar. Tut, was sie soll. Empfehlenswert. Sieht toll aus. Würde aber noch nicht getestet. Trotzdem mal 5 Sterne. Alles klar. Muss mal kurz Tür öffnen. So, jetzt hat es gerade geklingelt. Taugt mir bloß, die Grafik ist nicht so gut, weil mit 15 FPS kann man nicht besonders viel anfangen. Genau, da habe ich das im Internet gelesen. Trotzdem gibt Albo Gaming 5 Sterne. Und hier muss ich jetzt nochmal sagen, also ich habe das Ding ja noch nicht getestet. Aber ich kann Menschen in der heutigen Zeit der Technik nicht verstehen, die sich sowas für 12 Euro kaufen und dann auch noch sagen, jo, das ist gut. Genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Also für mich ist das halt wirklich rausgeschmissenes Geld. Also diese 12 Euro kann man sich dann auch sparen. Wenn man sich sowas anschaffen möchte, dann muss man dafür schon 50, 60 Euro ausgeben, dass es halbwegs vernünftig ist. Vielleicht irre ich mich ja auch. Keine Ahnung, hier haben wir noch ein paar Daten zur Kamera. Geht bis 30 Meter tief, hält 1 bis 1,5 Stunden, 1080p, wiegt 350 Gramm und so weiter. Also genug gelabert. Wir machen das jetzt mal auf und ich bin wirklich gespannt. Vor allem dann auf die Qualität und was das Ding kann. So, also schnell aufgemacht. Also, das ist bis jetzt auf jeden Fall das am meisten verdötschte Paket von der Verpackung her. Also Leute, schaut euch das hier mal an. Sowas geht ja nicht, ne? Also gut, hat ja auch nur 12 Euro gekostet. Aber irgendwie wurde anscheinend gar nicht gut mit umgegangen. Ja, ich hole mal schnell eine meiner GoPros zum kleinen Vergleich. Das hier wäre jetzt eine originale GoPro, die Hero 4. Ist auch schon ein bisschen älter. Macht trotzdem gute Filme. Und wir packen das mal schnell aus. Was eigentlich ganz gut für mich ist. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich da auch meine GoPros mit befestigen kann. Ja, wir haben hier so Material, um das an irgendwelchen Autos anzubringen. Keine Ahnung, wo auch immer. Hier zum Beispiel, das Teil ist ganz wichtig mit diesem Klebestreifen. Hier auch so ein Gurt. Ladekabel. Und der Rest ist eigentlich weniger wichtig. So sieht es aus. Ich finde, gar nicht schlecht, ne? Vielleicht ist es sogar mit Display hier hinten drin. Also wenn man die beiden jetzt mal nebeneinander hält. Hier das Original, hier Fake. Es sieht schon stark ähnlich aus. Also zwar nicht zum Verwechseln ähnlich, aber schon sehr, sehr ähnlich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die neuesten GoPros aussehen. Ob die dann diesem hier eher entsprechen. Keine Ahnung. Trotzdem, erster Eindruck an sich. Nicht schlecht. Wir machen das jetzt mal auf. Ja, und hier haben wir dann auch schon das Gerät mit Display. Das hat mich jetzt überrascht. Das hätte ich nicht gedacht. Jetzt wird es glaube ich nochmal ein bisschen mehr deutlich, dass es eigentlich ja fast gleich aussieht. Ich habe jetzt in beiden gerade keinen Akku drin. Und diese hier ist deutlich schwerer. Also ob hier überhaupt irgendwas an Technik drin ist, weiß ich nicht. Vermutlich eher nicht so viel. Ja Leute, dann würde ich sagen, ich schließe die jetzt mal an den Strom an, lade die beide auf. Und dann habe ich mir so einen kleinen Test überlegt. Und zwar würde ich die gerne an mein Auto montieren und einfach mal so ein bisschen hier Gas geben. Und dann haben wir gleich einmal das Bild von der originalen GoPro neben dem Bild von der Fake GoPro. Und das blende ich euch dann mal ein. Und dann könnt ihr euch eure eigene Meinung bilden. Ja, ich bin gespannt, was hier dann am Ende entsteht. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Labern gar nicht lange. Ich wünsche euch viel Spaß und kommt mal mit. So Leute, die Kameras werden jetzt gleich hier angebracht. Oh scheiße, jetzt ist die schon dran. Aber, das ist immer so eng. Wir haben jetzt schon den nächsten Tag. Ich habe meine Haare halt gar nicht gemacht. Ich fahre jetzt zu irgendeiner Landstraße, wo ich das testen kann. Nicht, dass die billig GoPro abfliegt. Keine Ahnung. Also auf geht's. Jetzt zählt's. Ich bin wirklich gespannt. Und ich blende euch dann gleich mal so einen Vergleich ein. Aber ich bin eigentlich der Überzeugung, das kann nichts Gutes werden. Bis gleich. So Leute, ich habe die hier jetzt montiert. Sind beide am Laufen. Und ich hoffe, die fliegt nicht ab, weil die ist echt nicht so fest. Mal fahren wir mal vorsichtig. Hier ist auch nicht wirklich jemand. Da passe ich ein bisschen drauf auf. Weil es kann auch wirklich gefährlich sein, wenn man nicht weiß, dass die Bomben fest ist. Bei meiner GoPro weiß ich es halt. Bei der anderen jetzt nicht. Let's go. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So leider ist hier irgendwas dran. Also, das ist irgendwie direkt kaputt gegangen. Schade. Leute, ich bin wieder zurück. Ich habe mir gerade schon die GoPro-Aufnahmen angeguckt. Sie sehen halt aus wie immer. Also, die Qualität kenne ich ja schon. Und jetzt mal eine kleine Live-Reaction von mir auf die anderen Aufnahmen. Ihr habt sie wahrscheinlich schon gesehen. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt. Wir haben hier unten auch immer... Oh. Wir haben hier unten auch so eine Uhr eingeblendet. Das hasse ich ja immer, wenn da so eine Uhr läuft. Der Sound ist ähnlich wie bei der GoPro. Ach du Scheiße. Und wir haben da irgendwie die ganze Zeit so ein Piepen, oder? Ja. Ja, ich muss sagen, so wie ich es mir vorgestellt habe. Also, die nimmt irgendwie automatisch so ein bisschen rangezoomt auf, wenn man das jetzt mal mit der GoPro vergleicht. Aber da kann ich eigentlich nur sagen, also, natürlich haben wir jetzt hier ein Video. Ich meine, das müssen jetzt 15 FPS sein. Das kann man jetzt hier nicht... So, ja doch, das sind 15 FPS. Mehr sind das nicht. Also, wir haben halt einfach ein stumpfes Bild. Und man kann erkennen, was dort passiert. Allerdings ist die Qualität natürlich grausam. Zumindest für die heutige Zeit. An die, die sagen, yo, ich will jetzt nicht viel Geld ausgeben, fahren, Urlaub, möchte so ein bisschen unter Wasser was filmen. Das ist vielleicht eine Notlösung. Allerdings, finde ich, das ist rausgeschmissenes Geld. Also, die 12 Euro kann man dann lieber in den Mittagessen investieren. Natürlich verstehe ich es vollkommen, wenn jetzt nicht jeder mal sagt, ey, ich hole mir jetzt für 200, 300 Euro eine GoPro. Aber dann schaut am besten einfach mal im Internet. Da gibt es genug Auswahl, wo Sachen dann 50 oder 60 Euro kosten. Und die liefern deutlich bessere Qualität ab als das hier. Und ich finde, das ist es dann auch wert. Ansonsten war es das mit meinem Test. Es hat echt Spaß gemacht. Also, ich habe es, glaube ich, am Anfang richtig eingeschätzt. So habe ich mir das vorgestellt. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ihr jetzt sagt, ey, die Kamera hätte ich trotzdem plus den 100 Euro Ruhiggeschein, abonniert den Kanal und schreibt einen Kommentar. Und dann nehmt ihr automatisch daran teil. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Gibt es ein neues Video. Haut rein. Ciao.